schau mal skorpion du fragst dich warum das in der liebe nicht klappt schau mal das an du hast mit vergangenheit aber du keinen kontakt mehr zu seinem ex partner der partnerin aber schau mal das blockiert dich immer noch innerlich muss vieles verarbeiten von der vergangenheit muss es loslassen lass deinen ex partner los die zeit ist gekommen deine energie zu klären und dann kommt viele viele einladung auf dich zu harmonische gute zeit flirt zeit und 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 du bist wie blockiert mit sachen von der vergangenheit die du nicht loslassen das musst du damit es weiter gehen kann skorpion und warum lässt du da nicht los ja das musst du tun sagt mir das universum beschleunigung du musst es tun damit es vorwärts geht in dein leben dein liebes leben ja seit herbst ist es so schau mal seit letztes jahr herbst ist es so um schau mal jemand kommt in zukunft leidenschaft skorpion da musst du echt gas geben ja jemand kommt aus der vergangenheit loszulassen weil das blockiert dich nur ja möchte ich wissen skorpion was ist bei dir noch los allgemein wie geht es dir innerlich hindernisse beseitigen leitung schutz schau mal das an jesus maria tu jahre gott schau mal hindernisse beseitigen sagt ganesha leitung schutz schau mal das an skorpion du wirst auf den richtigen weg begleitet aber es du musst zulassen du musst die hilfe vom universum zu lassen ja schau das mal an alles alles gute skorpion schau mal an alles gut 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 schau mal an alles